Artikel 7 Schulwesen Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der Bekenntnis Freien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden Religionsunterricht zu erteilen. 3. 1. 2. 8. 9. 10. 10. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 14. 17. 19. 18. 20. 21. Untertitelung des ZDF, 2020